Hallo und willkommen zurück zu Alex. Ich glaube, bei der einen Aufnahme hatte ich den Rechner eine Weile laufen und habe dann direkt aufgenommen, ohne mal einen Neustart zu machen. Heißt aber so schön, Reboot tut gut. Wir waren querfeldein unterwegs, haben so ein bisschen was gesehen, haben mal verreckt, haben nach langem hin und her, was eigentlich offensichtlich war, das antike Schwert gefunden. Das könnten wir jetzt theoretisch entweder dem Warlord wieder in die Hand und sagen, guck mal, hab ich gefunden, dann kriegen wir wahrscheinlich entweder eine Ermahnung oder eins auf die Fresse. Weiß ich nicht, könnte man testen, mal sehen, was es bringt. Andererseits wollte das Alistar, ich glaube Alistar war es, der wollte das Ding haben. Die Frage, was uns das bringt und die andere Variante wäre wahrscheinlich behalten. Ich meine, nutzen können wir das Ding eh aktuell nicht. Hm, große Preisfrage. Ich meine, ich habe gerade eh gespeichert, ich kann nochmal, ähm, nochmal hier, äh, F8 vor dem Kollegen machen. Und ihn einfach mal drauf anhauen, mal sehen, was er sagt, wenn ich sein Schwert, äh, hier eben in die Hand drücke. Was meine Unterstützung angeht. Hm, guck mal. Ich habe hier ein Schwert aus deinem Besitz. Du gibst offen zu, dass du mich bestohlen hast? Nein, ich zeige dir auf, wie schlecht es um deine Sicherheit bestätigt. Hm, das ist wahr. Wenn man sich schon an meinen Sachen vergreifen kann, dann ist das kein gutes Zeichen. Du tatest gut daran, es mir zu bringen. Nicht auszudenken, was ein Verlust nach sich gezogen hätte. Diese Splitter sollten als Dank reichen. Okay, 200 Splitter. Das heißt, ähm, Variante 1, 200 Splitter, Schnellspeicherung, laden. Ja, möchte ich. Mal sehen, was es uns Alice da dafür gibt. Ähm, abgesehen von dem, was wir jetzt gerade so rumgeeiert haben. Ach ja, wir haben auch eine neue Waffe, wir haben eine rostige Axt. Oh, Freude. Ähm, möchte ich gerne ein bisschen Fortschritt machen. Nicht nur, äh, storytechnisch gesehen, wenn das irgendwie machbar ist. Sondern auf jeden Fall auch so ausrüstungstechnisch irgendwie. Neue Klamotte vielleicht, auf jeden Fall neue Waffe. Mehr Stärke, beziehungsweise halt die Möglichkeit, auch tatsächlich Waffen zu verbessern. Ich denke mal, das bringt uns sehr voran, in vielerlei Hinsicht. Ähm, boah, wo war der Typ? Das ist schwer zu... Ähm, das ist immer wieder lustig. Ähm, sowas in Spielen zu sehen. Ähm. Physik halt, ne? Ich glaube... Oh Gott, wo wohnt der Typ? Ähm. Äh, der war hier unten. Haben wir eine Karte, ne? Ach nee, Aldrich, nicht Alistair. Alistair war ein anderer. Das war, glaube ich, Dragon Age. Beziehungsweise, Book of Unwritten Tales war auch Alistair. Ich weiß nicht, ob bei Dragon Age könnte Alistair gewesen sein, aber ich glaube, es war, auf jeden Fall, Book of Unwritten Tales war Alistair. Hier liegt so viel Zeug, das kann ich nicht mitnehmen, das finde ich irgendwie schade. Ähm. Das ist Kollege Klaus Günther. Jura. Achso, ich könnte Dings verpfeifen, will ich aber gerade irgendwie nicht. Achso, ich ziehe den Hügel hoch, ne? Geil, dass er auch gestaltet ist. Ich verlaufe mich trotzdem jedes Mal hier. Da ist er doch. F8. Aldrich. Ich, ähm... Bring mir was bei. Genau, wegen der Raritäten. Wegen der Raritäten. Ja? Guck mal. Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen, aber vom Alter kommt es hin. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen, wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt. Also, sein Schwert, nicht sein, äh... Du weißt schon, was ich meine. Und die Bezahlung? Hier, das reicht, schätze ich. Oh, holy. Tausend Splitter. All... Oh, oh. Das ist... Puh. Kann ich das kaufen? Kann ich das wieder, ähm... Ich will handeln. Sicher doch. Nee. Boah, ich hätte das jetzt... Hm. Flattermitz. Ähm... Tausend Splitter ist echt nicht zu verachten. Wartet mal. Oh. 200 Erfahrungen und tausend Splitter. Ja, ähm... Ja, bleiben Sie ruhig. Der Schlangenbiss ist besser, ne? Ja. Der ist... Gift und... Hm. Hm. Oh, ich bin hier unschlüssig. Aber tausend Splitter? Hm. Soll ich das machen? Ich meine, dann haben wir eine Quest offen. Ist auch doof. Ja, komm. Wegen der Raritäten. Ich spreche mal ab. Also den Text überspringe ich mal. Wir kennen das ja. Ist das hier... Schwer zu sagen. Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen. Würde zu gern Ragnars Blö... Also... Und die... Ja, ja, ja. Tausend Splitter sind echt nicht ohne. Oh, verdammte Technik. Ähm... Erfahrungstechnisch... Ja, kleiner Schwung war das schon. Ähm... Die große Preisfrage ist jetzt... Was machen wir als nächstes? Ein bisschen rumrennen... Haben wir ja das ein oder andere Mal schon gemacht jetzt in der letzten Zeit. Hatten aber den Nachteil, dass wir nicht genug gerüstet sind, um hier zu bestehen. Konverter Edan, worauf ich mich nicht hinwagen. Das... Das geht schief. Aber wir können hier mal das Fluss Delta erkunden, nochmal kurz. Würde ich behaupten. Ähm... Ja. Hotel Ruin Goliath. Ja, ich möchte mich teleportieren. Warum geht denn das jetzt nicht? Frames brichen gerade übelst ein. Fußkrank. Errungenschaft. Was? Verschluckt vor Freude. Ah, Alter. Wird geladen. Was ist denn los? So, ich tue es jetzt. Ich drücke jetzt F8. Schwert ist weg. Tausend Spister und das ist... Boah. Krass. Gut. Gucken wir mal. Noch ein Stück. So in diese Richtung in etwa. Hupala. Okay. Na ja, dann gehen wir doch außen rum. So. Hier runter. Runter trifft es in dem Fall. Ah. Warum nicht? Ich könnte mir das aufheben für... Wir sind besser geskillt und bekommen mehr Zeug. Aber ganz im Ernst. Ich merke mir dann nicht, wo auf der Karte jeder Scheiß hier ist. Von daher... Das hat in Gothic mit den Truhen schon teilweise nicht wirklich geklappt. Und das waren nicht so viele. Alter. Perfekto mundo, würde ich sagen. Genau der richtige Weg. Für die Frage, ob hier A Viecher sind. Und B, was sie ausrichten. Wenn welche da sind. Freund oder Feind? Feind. Aua. Okay. Au. Schmerz. Das ist aber auf jeden Fall das gleiche Prinzip, sag ich mal. Also so in der Richtung. Was ich ja bei, äh, Kollege Gothic 3 schon bemängelt habe. Und bei diversen anderen. Also nicht nur Gothic, sondern auch anderen Rollenspielen. Wir als Held, wir haben jetzt hier noch nicht so viel zu melden. Weil wir dann Level 6 oder so sind. Die sind noch nicht wirklich hoch. Aber erinnert euch mal an Gothic 3. Wo wir Level 50, 60. Die waren ungefähr. 50, 50 und 60. Hatten eins der besten Schwerter im Spiel. Und haben echt zu kämpfen gehabt mit einigen Gegnern. Die haben genug eingesteckt. Und vor uns stand so ein High-O-Pay vom Dienst. Und hatte einen Holzknüppel. Oder wie der hier eine Eisenstange. Und macht uns nass. Also das war... Hier sieht es dann wieder ähnlich aus. Ach, nö. Ich muss weg. Da ist ein Hühnchen. Frage, ist das nur das eine? Kann uns das was? Wo ist es? Meinst du mich, Kollege? Dann komm her. Komm her. Du Scheiße. Aua. Okay. Au. Au. Hilfe. Aua. Ah, ich hab immer noch nicht geguckt, wo der Spezialangriff ist. Das sollten wir in der ruhigen Minute mal machen. Wenn ich dann auch stehe gleich. Mach ich überhaupt Schaden bei dem Knackvieh? Ich mein, jetzt haben wir schon eine neue Axt. Aber... Also deine Axt in dem Moment. Und nicht so ein Scheißholz... Äh, Eisending. Lass den Scheiß. Meine Fresse. Aua. Piss dich. Drecksvieh. Ich hab keinen Halt mehr. Na super. Mutti. Kamera, lass den Scheiß. Nimm's aus dem Fokus. Gott. Oh Gott. Er auch noch. Na toll. Hallo. Danke. Guck da. Verpiss dich. Geh weg. Ich hab Angst. Hallo. Flieg, Mann. Flieg hoch. Wir sind sowas von geliefert, Alter. Hä, hä, hä. Sag ich ja. Drecksvieh, ey. Oh, meine Fresse. Dass ich aber keinen Schaden mache, das kotzt mich so an, ne? Verkloppt sich irgendwas. Dich mache ich fertig. Ach, nö. Dachte, bist du mir freundlich gesonnen, aber nein. Gibt's doch nicht. Können wir was anderes spielen, bitte? Wir gehen mal leveln. Hahaha. Ich mein, ich kann's ja verstehen, wenn man so ein bisschen die Herausforderung sucht. Aber, jetzt mal ohne Scheiß, also, wenn ich nicht mal die ersten Gegner im Startgebiet umgeprügelt kriege, ist es schon ein bisschen witzig los. Also minimal. Kommt irgendwo noch, ja, ne? Nehmen wir das Zeug hier mit, was immer das so sein soll. Aua, Drecksvieh. Ach ja, die kotzen ja, die Mistviecher. Ich mach echt keinen Schaden bei den Viechern. Also so nach und nach mal dezent, aber... Aua. Da hab ich irgendwas aus Metall erwischt. Aua. Psst. Das ist ein fucking Witz. Das ist ein fucking Witz. Kann ich verstehen, warum sie das Spiel Also, mittlerweile, sag ich mal Dass sie das ein bisschen in der Kritik Zerrissen haben Aufgrund des Schwierigkeitsgrads Also, es frustriert dann doch arg Ich meine, ich bin Ich bin echt Frust gewöhnt, ich hab den ersten Dark Souls Teil Fünfmal durchgespielt, ohne Scheiß Hab da auch geflucht Wie kein zweiter und ich hab in den Gothic-Teilen und anderen Sachen auch mal ein bisschen Dampf abgelassen Berechtigterweise Und, oh, aber Ein bisschen Fortschritt wäre echt Nicht verkehrt Guck mal, dass ich den scheiß Porter hier finde Blim ist ja Du kannst ja hier auch nicht rumrennen Ohne, dass dir gleich einer was möchte Im negativen Sinne Dachte eben so Ja, Mensch, cool Einer von meiner Sorte Wir haben Glück Aua Und der nicht beste Mensch, der hier rumrennt Der will mir direkt Auf die Fresse geben Hm Hm Vielen Dank.